Der Volksfestverein Albersdorf Nur bei 100.000 glücklichen Besuchern jährlich haben wir uns dazu entschlossen, ein klein wenig hochnäsig sein zu dürfen. Wir sorgen jedes Jahr für einen der größten Jahrmärkte des Landes mit über 120 Farm-, Spiel- und Genussgeschäften. Wir organisieren einen Umzug mit über 1000 Teilnehmern und einem Vielfachen an Zuschauern. Wir buchen für euch die angesagtesten Livebands und Solokünstler aus dem Bereich Pop, Schlager und Rock. Wir lassen die gut gelauntesten DJs des Nordens auf einer von unseren drei Bühnen auftreten. Wir bereiten für euch den leckersten Ochsen am Spieß zu. Wir sorgen für leuchtende Kinderaugen mit tollen Mitmachprogrammen, Clowns, Theatergruppen und Spielgeräten. Wir verwandeln für euch den Albersdorfer Papenbusch mit seiner traumhaft schönen Waldatmosphäre in eine Erlebnislandschaft für Jung und Alt. Pfingst-Volksfest-Albersdorf Wir freuen uns auf euch.